Und weiter geht's dann auch gleich mal. Ähm, wir müssen... Ganz genau, die Riga mit Bourbon verlassen. Nur, wo ist der denn jetzt hingelaufen? Hier raus? Ah gut, da hinten ist er. Ja, wär mal locker. Ich möchte mir gerne noch ein bisschen umschauen hier. Ah, da unten liegt Munition. Ganz genau deswegen. Es ist zwar immer nur ein Schuss, aber, wie bekanntlich... Ja, ja, per Blocker kann jeder Schuss Leben retten. Und hier ist nichts mehr. Mach lieber mein Feuerzeug an. Das ist cooler. Hier war ich ja schon, habe ich schon geschaut. Hier ist nichts mehr. Ist doch bloß erst so stark und kann das wegschieben. Du krasser Typ. Super. Dankeschön. Ähm, okay. Dacht schon, what the fuck. Als ich mit Bourbon den verlassenen Tunnel betrat, fragte ich mich, ob es falsch gewesen war, ihm zu vertrauen. Aber die Stationstore waren noch immer geschlossen und es war nicht abzusehen. Ja, ich möchte seine AK haben. Die Waffe ist zwar ganz okay, aber... ... natürlich immer bessere. Alles klar, Schleicher. Mal schauen. Okay, das sind diese. Okay, okay. Wow. Okay, er war scheinbar alleine unterwegs. Sieht nicht mehr ganz so gesund aus. Ey, da war Muni. 20 Schuss direkt. Schrot. Habe ich eine Schrot? Ja, ich habe sogar die Schrot. Okay, cool. Ich möchte trotzdem lieber eine AK haben. Mit einer AK fühle ich mich sicherer. Entweder macht der Boden dieses Geräusch oder der Wind. Ich habe auch Geschichten von singenden Roaren gehört. Wenn du länger zuhörst, kannst du die Stimmen der Torten hören. So ein Quatsch. Ach ne, komm. Da wird bestimmt wieder ein Gegner rauskommen. Ich werde mal lieber bei ihm bleiben. Ich werde überlegen, jetzt den Raum da zu untersuchen, aber... Ah. Was soll ich da mal hingehen? Nein, nein. Das wird zu gefährlich. Ich gehe jetzt mal hier lang. Muni? Hier. Schön. Immer alles schön durchsuchen hier. Scheiße, eine Karawane. Alles in Tod. Den Stil kenne ich. Banditen. Und die Hansepral, damit sie ausgelöscht zu haben. Halte deine Augen offen. Die werden uns nicht einfach so durchlassen. Banditen, na super. Alarmsystem. Alt, aber wirkungsvoll. Wenn du unerwartet ankommen möchtest, solltest du die Dosen nicht berühren. Okay. Ich möchte aber... Okay, eklig fliegen. Danke. Was hat der denn in deiner Hand? Hm. Okay. Okay, noch ein bisschen was aufheben. Hier ist bestimmt noch irgendwas. Okay, aber weiter komme ich nicht. Hier läuft immer irgendwas. Das ist komisch. Gut. Kann ich noch was nehmen? Oh, im Rucksack war noch dick, die Muni. Die Frage ist, komm ich hier echt so durch? Pass auf, Winduquiz. Jedes Geräusch ist gefährlich. Okay. Ein Wurfmesser, schätze ich mal. Alter, hier finde ich ja jetzt richtig dick, die Muni. Hey, das ist doch dieselbe, also ist Quatsch. Okay. Was? What the fuck? Was zur Hölle war das? Das war eine Falle, die ich wohl übersehen habe. Ich hab vergessen, wie ich mein Medipack benutze. Ich kann wieder nicht entzielen. Das ist so dumm. Okay, ist down. Da hinten hängt noch einer. Ich weiß nur nicht, wie ich mein Medipack benutze. Ich hab's vergessen. Okay. Du hast das. Kann ich dich vielleicht hier genau ausrauben? Nee, das möchte ich nicht. Ist das ein Gegner? Oder ist das mein Freund? Okay, du bist mein Freund. Alles klar, wie hin kann ich nochmal eben Muni nehmen. Zack, zack. Bisschen Schrot. Alter, unglaublich. Ich will eben ganz kurz nachschauen. Wie benutze ich denn hier ein Medipack? Ich glaub, Gepäck. Medipack auf Kuh. Feuerzeug, Licht. Alles klar. Okay, ich muss echt vorsichtig sein. Da war irgendeine Sprengfalle. Toll, warum... Du musst erst nachladen. Ah, mit rechter Taste schießt sie direkt. Ich dachte, ich kann damit auch ein bisschen zoomen. Okay, das wird nix. Komm, picken, picken. Alles klar hier. Kann ich nirgendwo ran? Ich glaube, ich kann Licht ausschalten. Klar, immer wichtig. Auf geht's, Rudi. Ich nehme erst mal die Piste. Die Brücke ist ein übler Ort. Jeder Plan. Du passt auf mich auf. Auf dich. Wenn wir zusammenarbeiten, schaffen wir es. Spiel nicht den Helden, Junge. Spiel heute die Güte. Um heute zu werden. So, einmal ganz schnell hier für euch. Zack. Ich muss weiterspielen. Ich bin auch nicht in der Stimmung, getötet zu werden, Mann. In meinem Medipack. Was zur Hölle? Ich hoffe nur Fledermäuse. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was ich da aufgesammelt habe. Das mit den sechs Minuten. Soll ich... Okay. Ich setze einfach meine Gasmaske auf. Warum tust du das, Alter? Ich bin nicht bereit für sowas. Nur... Was ist da? Okay, ein Schuss reicht immer noch. Das ist schön. Okay, oder auch nicht. Ich muss schon raunlich treffen. Okay, es muss auch schon Kopfschuss sein. Looten kann ich von denen aber nichts. Komm, ich gehe vor, Mann. Und von rechts kamen wir. Die Kisten kann ich nicht looten. Oh mein Gott. Ist das eklig. Klingt nicht gesund. Ob es so gut ist, ob ich jetzt hier alleine vorgehe. Ich weiß ja nicht. Okay, ist nicht gut. Alter, ernsthaft. Ich dachte jetzt, das wären irgendwelche Babybomben. Ich komme, Brudi. Die Frage ist halt, kann der sterben? Ich hoffe einfach mal, nein. Ich gehe einfach mal langsam vor nach unten. Kommt er mir nach? Nee, ne? Solange ich nicht auf mich allein gestellt bin danach. Ey, ich bin schon vorne raus, Mann. Wo bleibst denn du? Ich dachte, ich kann die dann hier schön von hinten überraschen. Gasmask, ich glaube, man muss Filter wechseln. Ah, das sind meine Filter. Jetzt verstehe ich das. Okay, ich nehme mal Ja, mal die mit Schalli. Ich hoffe mal, die ist besser. Okay, von unten kommen sie. Wow, surprise. Wo kommt der denn jetzt schon wieder her? Ich komme mit meinem Freund. Okay, ist erledigt. Ist die wirklich besser? Ich weiß ja nicht. Hat drei Schüsse für einen gebraucht. Alles klar. Wow. Ich hätte hier ernsthaft draufgehen können. Wow, das war eine Fahrt. Ja, komm. Nicht ausruhen, Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da jetzt sterben kann. Ich möchte jetzt ungern Medipack nutzen. Ich glaube, einen guten Hit halte ich noch aus, deswegen. Mal schön in die Türen reinschauen. Okay, hm. Wo muss ich lang? Ein Einsturz, Mist. Und eine Treppe. Wie praktisch. Sieht mir nach einer Falle aus. Scheiß drauf. Gehen wir. Ja, das ist... Klingt gut. Kann ich hier rauf, nee. Warum überlebt der so lange? Wo ist denn hier die Treppe? Ah, okay, okay, okay. Hier ist 100 pro noch irgendwas. Oder auch nicht. Okay, das klingt nicht nett. Ich muss meinen Freund hinterher. Ich habe Angst. Warte. Ich möchte mich auch gerne umsehen, aber ich möchte nicht alleine bleiben. Ich glaube, ihr versteht das. Okay, Medipack. Ich weiß nicht, ob 5 Maximum ist. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal 1. Und dann geht es mir jetzt ein bisschen besser. Okay. Okay. Die Fliegenaufbitchen sind immer so eklig. Okay, immer schön die Filter einsammeln. Die haben viel Stuff hier dabei. Ich werde zurückgedrängt von dem Wind. Ich kann gegen Anlaufen. Okay. Ich bin noch nicht fertig mit durchs Suchen. Ich komme wieder und schmire dich. Du bekommst auch neue Farbe. Oh, große Tür. Ich höre, du rufst mich. Ja, meine Herren, ich höre dich. Ja, ja, ja. Komm schnell durch. Immer, immer. Oh, ja. Jetzt bin ich glücklich. Deine Lieder sind herrlich. Sing weiter. Sing nun für mich. Hannah? Okay. Das Monster hilft uns dadurch anscheinend. Was war das denn jetzt? Ich habe es auch gesehen. Das macht mir ja Angst, mein Freund. Komische Sache. Okay. Ich möchte da drüben dieses rote Band haben. Nein. Das ist jetzt so. Wie komme ich zurück? Ich weiß nicht, ob ich hier runterfalle. Ich weiß nicht, ob ich hier runterfalle. Eieieieieieieieiei. Okay, okay, okay. Knappe Sache. Ich hätte jetzt gedacht, ich sterbe. Komm schon, du darfst vorgehen, Mann Ah, ich wette, bei mir stürzt das ein Ich springe lieber rüber Oh, einmal alles, das ist schön Okay, das stellt es doch nicht ein Oh, das sieht schon wieder so gefährlich aus Gut, aber bevor wir hier weitergehen, muss ich den Party leider beenden Und ich hoffe, wir sehen uns aber beim nächsten Mal wieder